Du hast garantiert auch eines dieser Sachen, weil wir sehen alle gleich aus. Willkommen zu Dinge, für die wir einen Abwechslungsplan brauchen. Fangen wir stark an, die Zara-Jacke. Karim und ich waren in der Stadt. Wir haben innerhalb von einer Stunde zwölf dieser Zara-Jacken gezählt. Wisst ihr, wie München aussah? Wie die Sardellen bei Spongebob. Alle sahen gleich aus, muss nicht sein, wechselt euch ab. Das nächste ist das Libre-Parfüm. Ich denke, das ist mittlerweile nach Wasser die meistgekaufteste Flüssigkeit. Safe. Ich war auf dem Frühlingsfest, dachte, es wird voll eklig riechen, weil alle saufen. Aber es roch. Nach Libre. Überraschenderweise was Gutes, aber halb so schlimm. Das eigentlich Schlimme sind die Pandas. Oh Gott, ich hatte mir vor zwei Jahren diese Schuhe gekauft, weil ich dachte, die hat niemand. Die sind besonders einzigartig. Mittlerweile sehe ich diesen Schuh öfter als meine Mutter. Einfach die neuen Air Force gewonnen. Aber das Beste kommt zum Schluss. 94F-Lipliner von Manhattan. Wollah, ich verstehe. Den gibt es nicht mal mehr. Den gibt es so selten. Man könnte damit dealen. Meine einzige Sorge ist, dass diese Generation einen Führerschein bzw. ein Auto bekommt, weil das will ich nicht sehen. Wenn ich das sehe, ich fahre gegen die Leitplanke mit 200 kmh. Das war's.